Ja, hallo, ich bin Ole Becker, Gartenexperte vom NDR und heute an einem richtigen Genießer-Garten-Tag im Park der Gärten und habe auch einen schönen Vortrag für Sie, und zwar der Weg zum Genießer-Garten. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Hallo, mein Name ist Lieke van Dieken, ich bin von der Zeitschrift Mein schöner Garten. Wie Herr Becker bin ich auch hier im Park der Gärten heute bei herrlichem Sonnenschein, halte auch einen Vortrag. Und zwar bei mir geht es hauptsächlich um die Staudenpflege, Staudenpraxis. Was muss man machen, damit man später einen Genießer-Garten hat und den auch genießen kann. Also kommen Sie her, wir freuen uns.